Sie müssen dort mit Schnau rechnen und am besten dort gar nicht erst versuchen, Land zu fahren. Stadtverkehr Berlin-Bohr, Minna-Kauer-Straße zwischen Tilgarten-Tunde und Heidestraße ist nach einem Unfall die linke Spur gesperrt. Reinickendorf, Arosa-Rallee, vollständige Sperrung nach einem Unfall in Höhe und Gotthardstraße. Und dann haben wir noch eine Meldung von der S-Bahn nach einem Notarzt-Einsatzgruppen auf den Linien S8, S46 und S85 zur Verspätung. Gewinzt wird derzeit auf der W97 vom Kompus Richtung Sprenberg hinterm Schäferwerk. Ja, das war's von mir. Das hat es zu können. Das hat die Flasbäden, da zusätzlich zu den Rollquip. Das hat die Flasbäden. Wir haben die Flasbäden. Über die Flasbäden. Durch die Flasbäden wird dieser Flasbäden. Der Strafgele Ôd! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020